In diesem Video zeige ich dir, wie du den Geburtstag von einem deiner Snapchat-Freunde herausfinden kannst. Dafür musst du erst einmal, während du einen Snap machst, auf die Lupe oben links und dort suchst du dann nach Birthday. Dann tippst du auf Birthday Countdown und dann gehst du auf dem linken Teil deines Bildschirms auf dem Pfeil unter deinem Profilbild. Hier suchst du nun die Person raus, deren Geburtstag du herausfinden willst und schon kannst du den Geburtstag unter dem Namen der Person sehen.